Die Vielseitigkeit wird auch die Krone der Reiterei genannt, denn drei Disziplinen vereinigen sich in der Vielseitigkeit. Das heißt, man muss in der Lage sein, mit einem Pferd eine Dressurprüfung auf dem Viereck zu reiten. Dann gibt es das Kernstück, nämlich den Geländeritt und einen Springparcours. Das ist im Prinzip wie ein Triathlon, nur das Entscheidende ist, dass man es mit einem Pferd macht. In der Vielseitigkeit kommt es eben auf das Vertrauen an. Der Reiter und Pferd müssen sich blind vertrauen, denn gerade beim Geländeritt ist es so, dass der Reiter häufig den Geländekurs vorher abgelaufen ist. Das Pferd kennt den Geländeritt noch nicht, die Strecke, und muss also dem Reiter blind vertrauen, dass er, wenn er sagt, spring hier runter, und das Pferd weiß gar nicht, dass es danach 2,20 Meter ins Wasser geht, sich fliegen lässt, ins Wasser springt, durchgaloppiert und den nächsten Sprung wieder sucht. Das Pferd muss sich auf den Reiter verlassen, aber auch umgekehrt. Ich muss auch wissen, dass er springt, sonst würde ich mich auch nicht ins Gelände trauen. So ist das auch in eine gegenseitige Partnerschaft und Vertrauen. Und man hat eben immer was, an dem man arbeitet, weil man natürlich in allen drei Disziplinen versuchen muss, sich gleichmäßig zu verbessern. Das Schöne ist aber auch, dass es eben in der Natur stattfindet, dass man halt viel mit den Pferden draußen in der Natur ist. Die Pferde sind viel auf der Wiese und werden draußen gearbeitet, weil es wichtig ist, dass sie sich einfach wohlfühlen und dass sie dann eben so topfit motiviert an den Start gehen und selbstbewusst sind. Das müssen einfach so selbstbewusste Kämpfer werden, die wissen, im Gelände kommt es drauf an.